Mein Name ist Lea Sieben. Ich bin zehn Jahre alt. Ich komme aus Hamburg, das ist in der Nähe von Dürren. Gegen den Regen ansingen mussten am Samstag 8000 Messdiener in Paderborn. Sie alle waren zur dritten nordwestdeutschen Ministrantenwallfahrt angereist. Der Tag begann mit einer Sternwallfahrt von fünf Kilometern in die Innenstadt von Paderborn, wo sie zu einem Mittagsgebet von Erzbischof Hans-Josef Becker begrüßt wurden. Um fünf Uhr bin ich aufgestanden und dann sind wir Messina in den Bus gestiegen und zu drei Stunden gefahren. Und da müssen wir fünf Kilometer laufen. Im Anschluss feierten die Kinder, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ein fröhliches Fest des Glaubens mit vielfältigen Workshops und Angeboten wie einem Besuch im Paderborner Dom und einem Gespräch mit dem Hamburger Erzbischof Hese. Die Wallfahrt für die Messdiener aus den Nordwestbistümern stand unter dem Motto Ich glaube an dich! Ich glaube an dich! Höhepunkt des Tages war ein großer Abschlussgottesdienst mit dem Paderborner Erzbischof sowie fünf weiteren Bischöfen auf dem Schützenplatz. Und wie hat es den Messdienern gefallen? not just auf